Der zweite Ball, die Hälfte! Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit dem Paul ist Schluss geholfen. Paulchen, Paulchen, macht doch weiter, ja das Männchen auf die Leitzeit. Seh und Winsle und die Wende, alte Scherze ohne Ende. Du weckst ja manchmal schlimme Sachen, über die du trotzdem lachst. Du bist, wir kennen dich, so ne Fahrt und Kinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, sagt es sein, es gibt... Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Und jetzt reuhe ich noch! Untertitelung des ZDF, 2020